Was? Aramekyu-Karatum ist eine Art von... Mama, was machst du hier? Du hast dein Mittagessen vergessen, Schatz! Danke! Weitermachen! Wer will an die Tafel? Oh, Steve! Tust du uns den Gefallen? Okay! Gerne geschehen! Fünf! 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 Ah! Was? Was? Hi! Hallo, Mama! Steve! Das ist... Kreativ! Gut gemacht, Steve! Ah, danke! Was? Oh! Yo, Bro! Mr. Smith! Ich möchte nicht neben ihm sitzen! Na gut! Kein Problem! Mr. Smith! Könnten Sie das wiederholen? Ruhe! Psst! Psst! Aha! Ah! Ich liebe Chemie! Der Test ist geschafft! Hä? Was? Was machst du da? Ich bin die beste Schülerin! Nicht mehr! Wie bitte? Ah! 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 Tja! Das ist dasselbe! Geh weiter! Ah! 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 Ich will nicht zweimal das gleiche essen! Ah! 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 Eine Sekunde bitte! Ah! Guten Appetit! Endlich! Viel besser! Ah! 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 Mal… Ah! So langweilig! Fertig werden! Wow! Ah! Ah! Daisy! Das ist… Hallo! Wie läuft's hier so? Es ist Stone! Sehen Sie! Ah! Das ist ein Meisterwerk! Ich nehm's! Aha! Ah! Oh! Na? Ah! Kosinus von A? Nicht schlafen! Okay, okay. Oh, mein Stift ist kaputt. Oh, wow. Keine Spickzettel. Was ist das, junge Dame? Keine Hilfsmittel im Test. Hilf dir selbst, Kumpel. Was steht hier? Verstehe ich nicht. Das geht nicht. Dummer Junge. Was? Lies es. Ich mag dich. Drehs um. Gib mir deine Antworten. Niemals. Mir ist so lachweilig. Das, das und das hier. Ich bin fertig. Oh, Steve. Guter Junge. Großartig. Was? So ne gute Note? Unglaublich. Und wir beginnen mit unserer Talent Show. Bitte begrüßt Daisy. Danke. Danke. Und bitte begrüßt auf der Bühne Steve. Steve. Was macht er da? Was macht er da? Guy? Ah. Ah. Yeah. Glückwunsch Steve. Danke. Danke sehr. Aber ich hab mich ein Jahr lang vorbereitet. Mach den jetzt draußen. Danke. Daisy, Steve, ihr macht das Projekt zusammen. Seid sehr vorsichtig während eurer Arbeit. Welches ist das richtige? Ah, das hier. Und hier. Wirst du vielleicht auch was tun? Tja, easy. Nein. Was? Und du hattest Angst. Das ist sehr kreativ, Steve. Danke. Steve, Asahi, du kommst zu spät zur Schule. Oh, Schatz, lass mich die Temperatur sehen. Oh. Du hast Fieber, Schatz. Oh. Oh. Kleiner Lügner. Yeah. Oh, mein süßer Junge, Liest. Ich habe eine Überraschung für dich. Danke, Mama. Überraschung? Welche Überraschung? Kommt rein. Du kannst auch zu Hause hören. Oh. Was? Äh. Oh. Mr. Smith. Was? Oh. Zeit, eine Wahl zu treffen. Ähm. Natürlich die beste Note. Falsch. Oh, Mom. Mom. Was ist passiert? Nichts, Schatz. Du hast nur versagt. Äh. 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 Mom. Oh, guten Morgen, Schatz. Äh. 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 Guten Morgen, liebe Schule. Beginnen wir mit der Show. Oh, einen Moment. Was ist? Ha. Daisy. Du musst ins Büro der Direktorin. Was? Sofort. Aus deinem Weg. Ha. Ha. Naiv. Au. Lass uns rocken. Ha. As always, I know how to make a box. Steve. Oh. Mach die Tür auf. Was ist das für ein Geräusch? Daisy. You know who I am. Maybe I don't give a damn. Everybody say it loud with me again. Daisy. Stelle diesen Lern sofort auf. Aber ich bin es nicht. Das ist ihr Sohn. Wirklich? Aha. Äh. Äh. Steve. Was geht hier vor sich? Steve. Steve. Hey, Mama. Schöner Song. Aber geh jetzt in den Unterricht. Sorry für die kleinen technischen Schwierigkeiten. Mama? Mama, bist du hier? Ha. Was ist das? Was war das denn? Das hier? Nächster. Ich will mehr. Bekomme ich die Antworten für einen Milchshake? Tja, Milchshake? Oh, egal. Hier. Ah. Yay. Perfekt. Los geht's. Lass uns feiern. Oh, энdel. Oh, ey. Oh, ey. Das reicht. Das wirst du auch rein. Oh, ey. Yeah. Mrs. Stone, schauen Sie. Das ist Steve. Oh, Steve? Oh, ey. 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 Steve. Steve, du fliegst raus. Aber Mama. Ich kann es nicht glauben. Steve. Das hast du vergessen. Bye. Endlich. Es tut mir so leid. Wir sehen uns, Steve. Bye, Bro. Ich kann es nicht glauben. Pass auf, wo du hingehst, Mann. Okay. Echt jetzt? Sorry, daneben. Oh, hallo, Neuling. Siehst gut aus. Zeit für den Test. Raus. Raus. Guten Appetit. Was ist das denn? Geh weiter. Danke, Mann. Sandwich? Also, willst du ein Date mit mir? Sorry, ich date nur exzellente Schüler. Kannst du mir helfen? Okay. Undier gentlemen. Baby. Ja. Nach peu. inject. Ich gehe.